Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich habe heute eine komische Formation für Sie hier von Willi Schillig und zwar ein Modell 249 6X, ne 6Z, also es ist noch eine Musternummer Dreier, Sessel und Hocker für 1750 Euro in Leder-Schwarz also wirklich was Klassisches, Feines hier diese ganz bekannte Form mit diesem Armteilkissen Armteilkissen ist fest, Rückenkissen ist fest, Sitz ist fest, alles fest man sitzt auch relativ fest, nicht so kuschelig, aber ergonomisch richtig ich habe Schulterkomfort, obwohl die Garnitur kein Hochlehner ist toll gemacht, guter Sitzkomfort, pflegelechtes Longlife Leder klassische kleine Formation hier mit diesem Sessel und mit dem Hocker, der zum Sessel passt ist der gleich schräg? Nein und der auch zum Sofa passt als Fußablage doch sehr angenehm ich kann sogar auf dem Sofa gut liegen weil die, erstens kann ich die Füße nach vorne tun und zum zweiten ist die Armlehne nicht so hoch naja, der ist nicht ganz so toll aber so kann ich liegen eine Person die 1,70 ist, kriegt die Füße auch noch rein da ich den Hocker habe, ist das aber nicht so wichtig alle Teile sind voll bezogen hier, das ist kein Pressspan das ist Schillig-Qualität hier haben sie was in der Hand, hier haben sie was Solides was richtig Hochwertiges Advertising, wir haben dieses Stück bekommen stand in der Hausausstellung von Willi Schillig in Holland Gruß an Gerrit und kam jetzt zurück zum einmaligen Schnäppchenpreis alle drei Teile zusammen 1.750 Euro plus Versandkosten 149 Euro profischnapp.de Ihr Online-Outlet für Marken zur Fass sagt Danke Abonnieren Sie uns den YouTube-Kanal wir freuen uns wenn Sie mal auf dem Weg in die Schweiz oder nach Österreich sind wir liegen 50 Kilometer südlich Stuttgart an der Bodenseeautobahn A81 kommen Sie uns besuchen Dankeschön und Tschüss Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de Wuh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-